Haridasa Chaitanya Bhagavata Adhikanda 14 Noch vor der Selbstoffenbarung Mahabrabhus war der große Bhakta Haridasa, einer der bedeutendsten Helfer Chaitanyas, nach Navadvipa gekommen. In Krishnas Lila ist er Brahma, der Weltenbildner. In der Lila Chaitanyas stammt Haridasa aus einer mohammedanischen Familie, doch von frühester Kindheit an fühlt er sich sehr zu Krishna hingezogen und ununterbrochen singt er den Namen Krishnas. Als Verräter seiner angestammten Religion wird er vor den mohammedanischen Richter geführt und ins Gefängnis geworfen. Sobald die Gefangenen den großen Vaischnava sahen, wurden sie frei von Leid. Die Gefangenen gaben den Wärtern gute Worte und schauten mit unverwandelten Blicken auf ihn. Sie erhielten den Blickstrahl seiner Gnade. Als Haridasa die Bhakti der Gefangenen sah, lächelte er in erbarmungsvoller Gnade und gab ihnen einen geheimnisvollen Segen. Bleibt immer da, so wie ihr jetzt seid. Die Gefangenen verstanden den Sinn seiner Worte nicht und wurden niedergeschlagen. Da erklärte ihnen Haridasa aus Gnade den ihnen verborgenen Sinn seines Segens und sagte, Ich gebe euch allen einen Segen. Ihr versteht den Sinn nicht und grämt euch. Ich gebe niemandem einen Segen zum Bösen. Denkt nach und entscheidet selbst. Ich möchte, dass euer Sinn so wie jetzt immer auf Krishna ausgerichtet bleibe. Also singt ununterbrochen seinen Namen, übt keine Gewalttaten, quält die Untergebenen nicht, ruft flehendlich den Namen Krishna und denkt an ihn. Doch vergesst nicht, wenn ihr in die Gesellschaft von Bösewichten kommt, dann wird euer Sinn sich wieder den Sinnesobjekten zuwenden und alle Bhakti wird verschwinden. Mein Segen heißt nicht, ihr sollt Gefangene bleiben, sondern ihr sollt euch in Zukunft von den Sinnesobjekten fernhalten und Tag und Nacht Harry rufen. Ich gab den Segen unter einem Deckmantel. Ihr habt keinen Grund, niedergeschlagen zu sein. Sorgt euch nicht, in zwei bis drei Tagen werdet ihr frei werden. Ihr mögt in Reichtum oder Armut sein, doch möget ihr nie die Bhakti vergessen. Also tat er für die Gefangenen das Beste und wurde vor den Richter geführt. Als dieser Haridasas sinnbezaubernde Gestalt sah, bot er ihm achtungsvoll einen Sitz an. Der Richter fragte ihn, warum ist dir das alles in den Sinn gekommen? Du hast wirklich ein gutes Schicksal, bist ein Moslem. Warum benimmst du dich wie die Hindus? Wir Moslems essen den Reis nicht, auf den die Hindus geblickt haben. Und dazu bist du noch aus edler Familie. Wenn du dich über deine Geburt und deine Religion hinweg setzt, wie kannst du in der nächsten Welt Erlösung erwarten? Aus Unwissenheit hast du dich schlecht aufgeführt. Also mache dich von dieser Sünde frei und sprich laut das Kalma aus. In Klammer, die mohammedanische Glaubensformel. Als Haridasas das hörte, lachte er laut und sagte, Oh, wie groß ist die Maya Vishnus! Waren die Worte des Richters doch ein Beweis dafür, dass er von Maya betört war? Und mit milder Stimme sagte er, Vernimm, Freund, Gott ist einer für alle. Hindus und Moslems geben ihm nur verschiedene Namen. Im letzten Sinne ist er einer. So lehren der Koran und die Puranas. Ein lauteres ewiges Sein, unteilbar und unvergänglich. Die Fülle. Und er wohnt in den Herzen aller Wesen. Er gibt dem Einzelnen das individuelle Streben, das zu tun, was er tut. Das gilt für alle Wesen in der Welt. Der Herr nimmt wahr, was der Einzelne im Sinn hat. Und wer gewalttätig ist, dem wird Gewalttat von ihm zuteil. Ich tue nichts aus mir heraus. So wie der Herr mein Herz bewegt, so handle ich. Hindus aus edler Familie sind aus freiem Willen Moslems geworden. Je nach dem Werk, das einer tut, wird einem die Frucht zuteil. Wozu einen anderen umbringen? Also entscheide über mich. Wenn ich schuldig bin, bestrafe mich. Der Bösewicht, Kaji, sagte zum Richter. Bestrafe ihn. Ein Bösewicht wird nur andere verderben und die Moslems ruinieren. Lasset ihn bestrafen oder seinen eigenen Fehler mit Worten aus seiner eigenen Schrift eingestehen. Der Oberrichter sagte. Rezitiere deinen Koran und dir wird nichts geschehen. Sonst werden dich die Kajis, in Klammer die Richter, bestrafen lassen. Noch ist es Zeit. Haridas Niemand ist in der Lage, etwas anderes zu tun, als das, was das Herz verordnet. Wenn jemand ein Vergehen tut, so erhält er seine Frucht durch Ishvara ganz zweifellos. Und wenn mein Leib in Stücke fällt und das Leben dahin geht, den Hari-Namen kann und will ich nicht aufgeben. Da fragten alle. Was soll mit ihm geschehen? Der Kaji sagt. Lasst ihn doch 22 Basare schlagen, bis er stirbt. Weitere Erörterung erübrigt sich. Wenn er doch am Leben bleibt, da will ich zugestehen, dass er die Wahrheit sagte. Und er ruft die Prügler und weist sie an, ihn so zu prügeln, dass kein Hauch von Leben bleibt. Er ist ein Moslem und ist Hindu geworden. Im Tode wird er von seiner Sünde frei werden. Und er wird von Bazar zu Bazar gezerrt und wütend. Ohne Rücksicht für sein Leben prügeln ihn die Bösen. Haridasa vergegenwärtigt sich Hari. Und im Glück des Gottesnamens fühlt er das Leid des Leibes nicht. Doch die Edlen litten gar sehr unter seiner Qual. Einige sagten, wenn die Regierung sich so aufhört, muss es bald Unheil für alle geben. Und gar mancher gerät in Wut und denkt daran, einzugreifen. Einige versprechen den Moslems Bestechungsgeld, wenn sie ihn weniger schlagen. Doch die Moslems hören nicht. Die Bösen prügeln ihn wütend von Bazar zu Bazar. Aber durch Krishnas Gnade fühlt er nichts. So wie die Shastras sagen, dass Pralat es nicht fühlte, als er gepeinigt wurde. Wenn beim bloßen Denken an Haridasa alles physische Leid vergeht, da kann bei Haridasa selbst von Leiden keine Rede sein. Haridasa denkt im Herzen an die bösen Folgen, die jene auf sich laden, die ihn schlagen. Und bittet, oh Krishna, schenke ihnen Gnade, nimm ihre Vergehen nicht an. Sie fahren fort, ihn von Bazar zu Bazar zu prügeln, damit er sterbe. Doch er fühlt nichts. Alle wundern sich, da ein Mensch in der Regel nach zwei Bazaaren stirbt. Doch er überstand 22 Bazaare. Von Zeit zu Zeit lächelt er, ist er etwa ein Pir? In Klammer großer mohemmedanischer Heiliger mit überweltlicher Kraft. Und die Prügler sagen, oh Haridasa, du ruinierst uns. Wenn du am Leben bleibst, werden wir vom Kaji getötet werden. Da lächelt er abermals und sagt, gut, wenn mein Leben euren Tod bedeutet, dann will ich sterben. Und er begann, sich Krishna zu vergegenwärtigen. Und der mit aller Schakti begabte Haridasa wurde leblos, ohne Atem. Die Moslems wunderten sich und warfen ihn vor die Tür des Richters. Als dieser ihn beerdigen lassen will, protestiert der Kaji. Die Schandtat des Haridasa sei nicht mit Beerdigung zu belohnen, sondern er sei in die Ganga zu werfen. Mit großer Mühe wurde Haridasa in den Fluss geworfen. Sein Körper war unerhört schwer. Er war versunken in die Vergegenwärtigung Krishnas. Und das ist es, was Haridasa die Welt lehrte. Wenn es zum Schlimmsten zum Ende kommt, gebt dennoch den Harinamen nicht auf. Govinda war sein Beschützer. Niemand vermochte ihm ein Leid anzutun. Und bloßes Denken an Haridasa nimmt noch heute alles Leid hinweg. Wahrlich und wahrhaftig. Haridasa ist der Herr der Welt. In Klammer Prama. Und der Führende unter den Gefolgsleuten Chaitanya Chandras. Auf Ishwaras Willen erlangte Haridasa wieder Bewusstsein der Außenwelt. Und voll höchster Freude kam er ans Ufer. Und laut den Namen Krishnas singend gelangte er in die Stadt Pulya. Die Moslems wurden Augenzeugen seiner unerhörten Shakti und gaben ihre Gewalttätigkeit auf. Betrachteten ihn als einen Pir, beugten sich verehrend vor ihm und wurden gerettet. Dann schlug Haridasa die Augen auf. Mit Gnadenlächeln blickte er auf den obersten Richter, der mit gefalteten Händen bescheiden sagte. Ich habe erkannt, du bist ein großer Pir. Du hast das Wissen vom Einen erkannt und erlebt. Das, wovon die Gyanis und Yogis nur sprechen, das hast du voll und ganz erlangt. Ich bin gekommen, um dich zu sehen. Vergib meine Schuld. Niemand in der Welt ist dir gleich. Gehe, wohin du begehrst. Bis dahin hatte er Haridasa verfolgt und gehasst. Jetzt nannte er ihn einen Pir und verehrte ihn. Haridasa schenkte ihm seinen Gnadenblick und ging laut den Harinamen singend zu den Brahmanen von Pulya. Haridasa sah die Welt den Sinnesobjekten ergeben und tief seufzend in Kram rief er, Krishna, Krishna. Da hatte er große Lust, Vaishnavas zu sehen und kam nach Navadvipa. Und Advaita Acharya schaute nach seinem Wohl mit viel mehr Eifer als nach sich selbst.